Heute geht's los mit meinem neuesten Projekt und zwar einer Express Darmkur. Die dauert nur vier Tage. Ich habe schon Bilder gesehen von Leuten, die riesig lange Biofilme ausgeschieden haben und ich möchte wissen, ob ich diese Erfahrung auch machen kann. Ich bin ja immer am Darmsanierungsthema dran. Dementsprechend bin ich echt mal gespannt. Im Lieferumfang sind solche Beutel drin und zwar drei Mahlzeitenbeutel pro Tag und immer wenn ich zusätzlich noch Hunger habe, kann ich einen Gerstengrassaft machen aus diesem Gerstengraspulver und schlussendlich mich so durch den Tag retten. Durch das, dass ich morgens sowieso nicht esse, ich mache immer das Langzeitfasten, ist das für mich jetzt einfach, heute beim Start, nämlich dem Entlastungstag, leichte Kost zu mir zu nehmen. Ich werde zum Mittagessen einen Salat machen, am Abend vielleicht noch gedünstetes Gemüse und morgen dann voller Tatendrang in die Darmkur starten. Ich nehme dich gerne mit auf die Reise, bleib dran. So, es geht los, Tag 1 meiner Express Darmkur. Du siehst, ich bin noch ein bisschen verschlafen, es ist morgen. Ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet, die ich jetzt heute zu mir nehmen werde. Ich habe mir Zitronenwasser gemacht. Ich habe mir schon das Wasser auch gefiltert vom, um das untertags dann zu trinken. Natürlich mache ich da immer wieder frisch, weil ich ja die Elektronen beim basischen Aktivwasser auch gerne mit trinken will und die verflüchtigen sich, wenn ich das zu lange hoch stehen habe. Habe es jetzt aber schon mal ein bisschen abgefüllt in meine Salus-Planus-Flasche, damit ich einfach gerade griffbereit habe. Dann habe ich mir Tee gemacht, Basen-Tee, Kräuter-Tee, um ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bringen, nicht ausschließlich Wasser zu trinken. Und die beiden Produkte, die ich gestern schon vorgestellt habe, die stehen bereit. Die kommen ein bisschen später. Was ich noch zu mir nehmen werde, ist Magnesiumchlorid. Da habe ich mir schon die Sohle vorbereitet, schon mein Schnäpschen bereit gemacht, dass ich sicher genügend Mineralien in meinem Körper habe, gut versorgt bin, weil ich ja leider heute und die nächsten vier Tage mein alles über alles Geliebtes Basenpulver weh lasse. Weil ich am Ausleiten bin, habe ich mich jetzt entschieden, keine Nahrungsergänzung zu nehmen. Ich nehme das Basenpulver nicht nur, um die Säure umzuwandeln in Basis, sondern auch gerade als natürliche Nahrungsergänzung. Dann habe ich mir alternativen Bereiche gestellt, das Bittersalz, das empfohlen wird, was natürlich überhaupt nicht lecker ist, alles andere alles. Darum nehme ich jetzt persönlich das Lachs-Shelly. Das ist auf Algenbasis mit dem Anteil an Casia fistula, was ja sehr, sehr abführend wirkt. Das Wichtigste ist jetzt, dass der Darm leer wird, dass das rausgeht und darum entscheide ich mich für die leckere Variante. Das Lachs-Shelly kannst natürlich du machen, wie du dann willst, aber für mich mache ich das jetzt so. Was du siehst, mein Genussregal im Hintergrund ist leer. Es gibt diese nächsten vier Tage keinen Alkohol, keinen Wein und ich konzentriere mich auf diese Produkte und lasse es mir mit denen gut gehen. Ja, was ich dir natürlich noch zeigen will, ist das Lachs-Shelly. Eine schelartige Konsistenz, heisst ja Lachs-Shelly, das nehme ich jetzt einfach so und auch mit Wasser dann runter. Ist noch fein, also es ist nicht nur ein bisschen besser als das Bittersalz, sondern umwelten. So, dann nehme ich noch ein bisschen Wasser dazu. Es geht weiter mit dem Gerstengrassaft. Und zwar habe ich hier einen Wasservitalisierer, der vermengt das Pulver mit dem Wasser sehr gut und effizient und bringt Energie ins Wasser rein. Wir füllen dazu zwei Deziliter lauwarmes Wasser in diesen Verwirbeln und einen Telefon-Gerstengraskofen. Ich fange es schön schliessen und dann kann ich das da verwirbeln. Übrigens vorher mit dem Zitronenwasser, wenn du nicht so viel Zitronenwasser trinken kannst, dann keine Sorge, du musst auch überhaupt gar kein Zitronenwasser trinken. Mein Körper ist es sich einfach gewohnt, wenn ich morgens aufstehe, bin ich richtig ausgetrocknet, über die Nacht schlitze ich und so brauche ich einfach Wasser dann wieder in meinem Organismus. Gut, also jetzt habe ich hier meinen Gerstengrassaft präpariert und trinke den jetzt. Wichtig dabei ist sowohl bei solchen Grassäften wie auch bei Smoothies immer schön einspeichern, damit das auch gut verdaut wird und richtig ankommt. So, dann geniesse ich jetzt mal meinen Drink. Zwischenzeitlich war ich etwas aktiv, ich habe meine erste Lieferung mit dem Fahrrad gemacht und bin jetzt bereits fürs Frühstück meinen ersten Mahlzeitendrink. Dazu nehme ich 4 Deziliter Wasser direkt aus meiner Kaya-Karaffe. Das Wasser sollte Zimmertemperatur haben, dann mische ich den Mahlzeitendrink da oben rein, also das Polder, mach da wieder schön zu und lasse das mixen. Solltest du keinen Wasservitalisierer haben, kannst du natürlich auch einen Schüttelbecher nehmen. So, sobald das sich aufgelöst hat, geht es ans Trinken. Jetzt sollte man das zügig trinken, weil das sonst eindickt und das dann gar nicht mehr gut geht. Aber auch hier wieder einspeichern und nicht vergessen. Zum Wohl! Geschmacklich ganz erträglich. Man merkt allerdings schon, wie es langsam dicker wird. Also man muss dranbleiben mit Trinken. Ich bin jetzt etwa in der Hälfte und ich merke, es ist schon richtig dick. Aber das Einspeichern trotzdem ist einfach wichtig. Gut, jetzt noch den Rest. So, ich habe es geschafft. Mein erster Mahlzeitendrink ist leer. Ich habe ganz schön gefüllt. Also Hunger habe ich definitiv keinen mehr. Jetzt mal schauen, wie es über den Tag weitergeht. Als nächstes vielleicht nochmals Gerstengrassaft. Vielleicht auch gerade dann das Mittagessen in ein paar Stunden. Und dann der dritte Mahlzeitendrink am Abend. Zwischendurch eben immer, wie gesagt, nach Bedarf Gerstengrassaft trinken. Es ist bald Abend, der erste Tag. Also bald um. Ich habe bis jetzt zwei Mahlzeiten-Shakes hinter mir. Einen Gerstengrassaft, viel Tee, viel Wasser. Also ich bin ständig auf der Toilette, weil ich einfach so viel trinke und dementsprechend auch Wasser lösen muss. Auch das Lachs-Shelly beginnt zu wirken. Ich merke, die Verdauung, die beginnt auch zu rumoren. Da will auch was raus, was ja sehr, sehr positiv ist. Finde ich gut. Es geht mir also dementsprechend richtig gut. Ich werde dann meinen letzten Mahlzeiten-Shake noch zu mir nehmen. Und vor dem Schlafengehen auch nochmals einen Gerstengrassaft trinken. Ja, also wenn es so weitergeht, bin ich sehr zufrieden. Es fühlt sich gut an. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Wunderbar. Heute ist der zweite Tag meiner Express-Darm-Kur. Und Express im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir muss immer alles schnell gehen. Ich habe keine Geduld. Bin ja, ja, muss zugeben, ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Gestern hatte ich das Gefühl am Abend, meine Verdauung ist immer noch ein bisschen träge. Ich will das ein bisschen ankurbeln, ballastlos werden. Und habe mich dann entschieden, noch ein halbes Lachs-Shelly zu nehmen. Also eigentlich zwei Portionen. Bin dann schlafen gegangen. Und ja, siehe da, in der Nacht habe ich dann allerdings das erste Mal, musste ich zur Toilette mit Stuhl gegangen. Und habe dann heute Morgen auch gerade wieder entleert, entleert, entleert. Also ich bin jetzt zwei Kilogramm leichter. Da kam also schon einiges raus. Lachs-Shelly sei Dank. Bin ich sehr, sehr froh. Jetzt fühlt sich alles viel leichter an. Der Bauch ist nicht mehr so aufgebläht. Ich hatte nämlich gestern das Gefühl, von diesen Mahlzeiten-Shakes hätte es mich ein bisschen gefüllt. Also die sind schon sehr nahrhaft. Und jetzt fühle ich mich wieder wirklich leicht und befreit. Heute Morgen habe ich dann bereits schon zwei von diesen Gerstengras-Säffen eingenommen. Weil ich einfach dann halt Hunger hatte. Wenn man so leer ist, dann kommt der Hunger. Aber die haben mich dann gut gefüllt. Natürlich auch der Mahlzeiten-Shake dann wieder. Da habe ich allerdings etwas ausprobiert, was sich nicht bewährt hat. Das möchte ich gerne mitgeben. Und zwar habe ich heute das anstelle von Wasser ein bisschen Miso genommen. Miso, das ist ein fermentiertes Produkt, zu vergleichen mit einer Bouillon. Also einer klaren Brühe. Und habe dann gedacht, das wäre sicher besser, wenn das ein bisschen warm ist. Habe dann das Darm, also das Pulver, im leicht warmen Wasser angerührt. Und das hat sich überhaupt nicht bewährt. Das ist komplett sofort und komplett eingedickt. Glücklicherweise habe ich nur die halbe Menge gemacht auf einmal. Weil ich gedacht habe, ich will, weil es ja auch sonst sehr schnell eindickt, einfach nur die Hälfte und dann nachher noch einmal die Hälfte machen. Und das habe ich dann glücklicherweise bei dem auch so gemacht. So konnte ich dann die zweite Hälfte abkühlen und so trinken. Ja, einfach, dass ich dir diese Erfahrung auch wieder weitergeben kann. Dann habe ich natürlich auch für heute wieder Tee gemacht. Ich habe das Zitronenwasser morgen getrunken und nutze den Verwirkler für die Säfte. Ja, mein Magnesium nehme ich natürlich auch wieder oder habe es schon genommen. Ja, jetzt bin ich fleissig auch am Wassertrinken vom Ekaia Wasser mit extra viel Elektronen und bin guten Mutes, dass ich diesen Tag auch ganz gut zu Ende bringe. Heute scheint die Sonne, da erfreut sich auch mein Gemüt. Ja, so geht es jetzt weiter und ich melde mich dann morgen wieder. Ich bin am dritten Tag, Abend ist es bereits. Mein letzter Drink steht mir noch bevor, aber dann habe ich es geschafft für heute. Ganz ehrlich gesagt muss ich sagen, heute hatte ich ein bisschen ein Tief. Meine Energie war nicht so da wie sonst. Aber mit Entgiften, ja, da muss man halt manchmal auch damit rechnen, dass das ein bisschen energieraubend ist. Für mich habe ich herausgefunden, dass sich das bewährt mit dem Aufteilen des Mahlzeiten-Shakes in zwei Portionen. Ich habe jetzt heute auch ein bisschen experimentiert. Einmal Orange frisch dazu gepresst und einmal Apfel und ich habe dieses fruchtige gern mit drin. Die Abwechslung, dass das auch ein bisschen eine andere Geschmacksnote gibt, das habe ich ganz gut gefunden. Ich habe es ja gestern einmal gemacht mit etwas salzigem. Da habe ich eine Klara Brühe dazu getan. Ich habe es lieber süß. Ja, somit habe ich für mich das Rezept herausgefunden, damit ich auch morgen noch genussvoll den letzten Tag anpacken kann. Heute ist bereits der fünfte Tag der Express Darmkur und ich berichte euch erst heute, weil sich gestern die Ereignisse einfach überstürzt haben. Ich habe am Abend des dritten Tages noch einmal mit Lachs-Shelly mich auf die Ausscheidung des Biofilms vorbereitet. Und zwar Lachs-Shelly, das nehme ich ja alternativ zum Bittersalz, zur Entleerung, weil das einfach angenehmer ist in der Einnahme und aus meiner Perspektive her eine vergleichbare Wirkung hat. Auf jeden Fall ging es dann am vierten Tag gradlos am Morgen schon mit der Ausscheidung des Biofilms. Zuerst kamen große Röhren, muss ich sagen, also das ist ein Kot, der rauskommt, aber der ist in einer Röhrenform, also hohl-inwendig. Und mit der Zeit, im Verlauf des Tages, kamen dann dünnere Röhrchen. Ja klar, zuerst kommt der Dickdarm, dann kommt der Dünndarm dran mit der Ausscheidung, mit der Ablösung und der Ausscheidung. Und ich konnte das sehr gut verfolgen, ich erspare euch den Anblick. Es war nicht gerade angenehm, aber ich kann sagen, ich habe über ein Kilogramm von dem gestern alleine ausgeschieden. Es war unglaublich, es hat nicht mehr aufgehört. Ich habe gemeint, ich sei im falschen Film. Ich habe ja ständig mich mit dem Thema Darm befasst. Ich habe ja immer wieder Darmsanierung auch gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, wie das in jemandem aussieht, der noch nie solche Vorkehrungen getroffen hat. Ich habe schon gehört, Leute sagen, das ist sechs Kilogramm Kot hat man in sich. Ich habe gedacht, ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich muss also sagen, ich glaube das jetzt tatsächlich. Also wenn man sich nie damit befasst hat, das sind Unmengen von Kot, die da fest hocken. Auf jeden Fall habe ich natürlich auch gestern noch meine Drinks genommen und jetzt, siehe da, es ist leer. Ich habe sämtliche Portionen von den Mahlzeiten-Shakes aufgegessen, ausgetrunken. Ich habe gestern auch noch experimentiert. Ich habe noch mit Karotte, frisch gepresste Karotte in den Saft integriert und das ist auch fein, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen süsslich, nicht ganz so süss wie die Orange, aber auch sehr, sehr angenehm. Also ihr könnt alle möglichen Gemüse auch, Säfte machen draus. Am besten natürlich immer frisch. Die Konzentrate, die habe ich halt nicht so gern. So kann ich einfach sagen, man kann so Abwechslung in diese Shakes bringen und ja, sie sind dann wirklich lecker. Also ich habe mich dann auf die Shakes gefreut. Ich habe auch natürlich immer wieder einen Gerstengras-Saft genommen, da hat es jetzt noch. Das werde ich natürlich noch weiterhin aufbrauchen, weil das einfach powerful ist und mich auch gut im Alltag unterstützt. viel Elektronen wieder in den Körper bringt und natürlich auch Chlorophyll. Gestern Abend, also am Tag 4, habe ich dann nochmals eine Portion Lachs-Shelly genommen, bin schlafen gegangen und heute Morgen ging es dann weiter, wieder mit Ausscheidung. Es ist unglaublich, es geht immer noch weiter. Also jetzt glaube ich, jetzt habe ich es dann durch, jetzt ist es dann ausgeschieden. Aber einfach, das könnt ihr wirklich tun, um das alles noch auszuschreiben, was sich schon gelöst hat. Einfach das auch noch unterstützend machen. Ich habe jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit drei Kilogramm an Gewicht verloren und das ist natürlich hauptsächlich einfach Kot, der rausging. Natürlich, wenn man nichts isst, dann braucht man auch seine Reserven ein bisschen, aber primär ist es einfach. Also ich merke es, es ist leicht, es fühlt sich extrem gut an. Und ich werde jetzt aber gerade weiterfahren und zwar mit der Amazonas Darmreinigung. Die ist jetzt für die Feinarbeit zuständig, die hilft auch den Darm zu regenerieren. Für den Fall, dass ich eine durchlässige Darmwand habe, hilft sie mir das zu reparieren, also meinem Körper das zu reparieren. Und ich werde auch dann darüber berichten, zu einem späteren Zeitpunkt. Und auf was ich mich jetzt natürlich speziell freue, ich nehme jetzt dann auch wieder meinen Basenpulver und meine anderen Nahrungsergänzungen. Mein Basenpulver ist ein echter Verzicht, wenn ich das nicht nehme, darum freue ich mich jetzt echt drauf. Ich empfehle allen, diese Express-Darmkur zu machen. Sicher einmal pro Jahr, einfach raus mit dem alten Müll. Es wird bestimmt das erste Mal, das intensivste Mal sein und sich nachher regulieren. Aber ich bin absolut begeistert und empfehle es dir wärmstens. Diese Produkte kannst du natürlich über meinen Shop gesundundfrisch.ch bestellen. Das unter der Kategorie Darm-Sanierung, da wirst du dann an den richtigen Ort weitergeleitet. Jetzt wünsche ich dir viel Durchhaltewillen, viel Erfolg, alles Gute, eine nachhaltige Gesundheit. Deine Rita von gesundundfrisch.ch